Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Fragen mich doch, du Nazi-Stuck-Scheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Ein Fick, Dirk. Zeig sie mir! We're Americans, period. Wer fragt es, die alle aus den Zugen? Jetzt sind die Juden! Jetzt sind die Juden! Woher kommst du uns? Wir sind zu arbeiten hergekommen. Und das werdet ihr auch tun! Es hat acht Wochen, seit Zussmann wurde getötet. Ich versuche nicht zu verlieren. Herr, sag mir, dass sie den Zussmann gefunden haben. Ich wünsche mir, Herr. Pearsen nicht auf ihn. Wie seine Kassarine. Kassarine? Du hast alles falsch, Privat. Pearsen wurde zu verlassen, aber einige seiner Menschen in der Vergangenheit waren. Er konnte sich nicht mehr zurückkehren, ohne sie. Aber er hat sich nur mehr verloren versucht, sie zu retten. Es ist niemals das gleiche. Aber du musst dich nicht überraschen, Pearsen. Du bist auf Städte. Ich bin ein Kassarine, Herr. Ich würde nicht so gut auf den Arme, die ganze Krieg war. Das ist richtig. Die Intelligenz, die du auf dem Prisoner hast, war kritisch, für die letzte Brücke auf der Straße. Ich bin ein Kassarine. Warum nicht so eine Bronze Star in deinem Zukunft? Du bist ein Kassariner. Ich bin ein Kassariner. Ich bin, Red. Von diesem Moment an, ich will nicht Sie aus meiner Sicht. Sie verstehen mich, Corporal? Ja, Ma'am. Ja, Ma'am. Bist du gut, Red? Wir sprechen oder wir gehen? Du solltest dich stolz sein. Du solltest dich nicht mehr sagen. Du solltest dich nicht mehr fragen. Du solltest dich nicht mehr fragen. Es ist der beste Gefühl in der Welt, nicht wahr? Fasin' down Hell und... ...kommen nach einem Bonafide Hero. Red? Red? Du bist ein Bonafide Hero. Bis zum Schluss. 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 Bis zum Schluss.